Es gibt niemanden, keine andere Währung, die die Vormachtstellung des Dollars infrage stellen kann, sodass man sich, wenn man die USA ist, es sich auch leisten kann, diesen Schuldenstand noch weiter aufzublähen. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute habe ich in meiner Podcast-Folge Smart Investieren Lutz Römer zu Gast. Er war schon im Jahr 2019 bei mir. Lutz managt bei Capitulum Asset Management Anleihefonds und hat sich auf Schwellenländeranleihen spezialisiert. Sein Fondkonzept hat er 2019 schon mal ausführlich erläutert, sodass wir uns heute über die Entwicklung der letzten Jahre unterhalten haben, was Schwellenländeranleihen so attraktiv macht und wie er die Märkte einschätzt und wie er investiert. Es ist eine sehr spannende Folge über einen Markt, der attraktive Chancen bietet und von vielen Leuten nicht beachtet wird. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und freue mich wie immer über jedes Feedback. Schön, dass du heute bei mir zum zweiten Podcast bist. Das erste Mal ist schon fast fünf Jahre her. Deswegen würde ich dich bitten, stell dich um das, was du machst, doch mal ganz kurz vor. Ja, vielen Dank für die Einladung, Rainer. Die Zuhörer sehen es ja nicht, in welcher schönen lauschigen Atmosphäre wir uns hier wieder locker unterhalten. Zur Vorstellung, ich bin seit 96 im Finanzwesen tätig, ganz klassisch angefangen mit der Ausbildung zum Bankkaufmann, Studium BWL und hatte immer nur einen Wunsch. Ich wollte Fondsmanager werden. Gleich nach dem Diplomabschluss im Studium wurde mir dann eben doch der Job als Fondsmanager angeboten. Damals noch bei der LBB Invest, bei der Fondsgesellschaft der Landesbank Berlin, die es nun leider seit 2018 nicht mehr gibt. Das Geschäft wurde nach Frankfurt verlagert, sodass wir uns dann 2018 genötigt sahen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Das heißt, ich bin Gründungsgeschäftsführer der Capitulum Asset Management und unser Steckenpferd sind die weltweiten Zinsmärkte. Und welche Fondsstrategien habt ihr da aufgelegt? Also was für Fonds macht ihr da? Grundsätzlich sind wir sortenrein unterwegs. Das heißt, wir wollen von dem breiten Zinsumfeld, was sich dort bietet, immer eine Risikoquelle erschließen und die als Ertragsbringer den Anlegern zugänglich machen. Unser größtes Geschäftsfeld, 95 Prozent, sind sogenannte Lokalwährungsanleihen. Das heißt, wir kaufen weltweit Anleihen, die in fremder Währung ausgestellt sind, mit der Weltsinsstrategie betitelt. Das heißt, man könnte sagen, wir machen alles außer Euro. Alles, was der deutsche Zinsanleger nicht selber hinbekommt, das erschließen wir weltweit. Das zweite Thema sind Emerging Markets, also hauptsächlich Schwellenländeranleihen, wobei die auch einen sehr, sehr internationalen und grenzüberschreitenden und auch benchmarküberschreitenden Ansatz haben, die sich im Bereich der Hartwährung erschließen. Das heißt, dort ist es so, dass wir die Zinsrisiken komplett absichern, das Wechselkursrisiko komplett absichern und nur den Bonitätsaufschlag, der sich weltweit uns präsentiert, isolieren und dem Anleger zugänglich machen. Das ist die sogenannte Rentenstrategie optimiert, mit der wir versuchen, dem Anleger den Zinsmarkt schmackhaft zu machen, der jetzt nicht unbedingt das Fremdwährungsrisiko haben möchte. Und dann habt ihr auch noch einen Nachhaltigkeitsfonds, richtig? Richtig. Der Nachhaltigkeitsfonds ist im Prinzip ein Ableger von der Weltsinsstrategie. Das heißt, wir investieren dort weltweit in supranationale Emittenten, wie es so schön heißt. Das sind Emittenten, meistens Förderbanken, die von mehreren Staaten getragen werden und die nur einen einzigen Geschäftszweck haben, nämlich die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das heißt, die wollen wirklich zum Beispiel Armutsbekämpfung betreiben. Und dadurch ist es uns sehr, sehr leicht möglich, diesen Nachhaltigkeitsfokus umzusetzen, weil wir unsere Geldmittel den Förderbanken anvertrauen und die Förderbanken dieses Geld lokal, wirklich in die Entwicklungsländer geben, um dort vor Ort Projekte zu finanzieren. Und du investierst dann wirklich rund um die Welt, außer die entwickelten Staaten sozusagen, also Emerging Markets, Frontiermärkte, das ist alles dein Investmentuniversum? Das Investmentuniversum ist global erstmal alles außer Euro. Wir sagen, den Euro-Zinsmarkt, dafür braucht uns der Investor nicht, das kann er selber abdecken. Das ist im Moment ja auch wieder attraktiver geworden von Zins. Wir investieren weltweit ohne Scheuklappen. Das heißt, wir teilen die Welt gar nicht ein in Grenzmärkte, Emerging Markets, also Schwellenländer oder Industrieländer, sondern wir sagen, wir investieren überall dort, wo es Sinn macht zu investieren, also wo es einen guten Zins gibt, sodass sich unsere Aufteilung im Prinzip herunterbrechen lässt in 25 Prozent klassische Fluchtwährung der Industrieländer. Also da ist auch Norwegen, Schweden, Schweiz oder Neuseeland dabei, weil sie eben noch einen attraktiven Zins haben. Natürlich sind die Schwellenländer immer dabei, das ist mit 50 Prozent unser Schwergewicht und 25 Prozent die Frontiermarkets, die sogenannten Grenzmärkte. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir nicht in eine Schublade gesteckt werden wollen, sondern wir sagen, wir sind immer da investiert, wo es für den Investor unter Chance-Nutzen-Aspekten Sinn macht. Das heißt, man muss sich immer als erstes fragen, macht es überhaupt Sinn, das Risiko einzugehen? Wird es vergütet? Wenn es vergütet wird, dann nehmen wir das breit gestreutene Portfolio auf. Und die Frage ist eigentlich einfacher zu beantworten, wo sind wir nicht investiert? Das ist vielleicht einfacher zu investieren. Das heißt, dort, wo es wirklich nicht gewollt ist, dass Ausländer ihr Kapital anlegen oder wo es die Wiesenverkehrskontrollen gibt, wo es Sanktionen gibt, da sind wir natürlicherweise ausgesperrt. Dort können und in den anderen Fällen wollen wir auch gar nicht investieren. Als du das letzte Mal hier warst, das war im Oktober 2019, haben wir in einer Welt gelebt ohne Zins. Zumindest das, was wir in Europa hatten. In deinen Märkten gab es damals schon einen Zins, deswegen haben wir uns auch darüber unterhalten. Was hat sich denn in den letzten fünf Jahren, die ja praktisch inzwischen vergangen sind, geändert? In Europa wissen wir, die sind deutlich gestiegen. Was ist denn in deinen Märkten, wie du dir sozusagen anschaust, passiert? Da ist, was die Lokalwährung angeht, relativ wenig passiert. Wir hatten ja die Situation, dass die Zinsmärkte in der entwickelten Welt, also durch die EZB-Politik, durch die US-FED-Politik, bedingt doch sehr, sehr verzerrt waren. Also sprich, man hat dort seitens der Notenbanken heftigst in den Markt eingegriffen und hat eigentlich dafür gesorgt, dass Marktmechanismen ausgeschaltet worden sind. Wir hatten einen negativen Zins, wir hatten eine Liquiditätsschwemme und Bonitätsrisiken wurden zugedeckt, dadurch, dass man bedingungslos alles auf die eigene Bilanz gekauft hat. Diesen Luxus, also wirklich Luxus, den wir in den Industrieländern hatten, so diese Märkte zu manipulieren, die hatten die Schwellenländer nie. Dann stellen wir uns vor, eine Schwellenland-Notenbank versucht durch Markteingriffe diesen Kontrollzwang zu erzeugen, den die EZB oder den die FED ausgeübt hat. Das würde niemals glaubwürdig rüberkommen und dieses Schwellenland hätte sofort eine Krise, weil fluchtartig alle Investoren den Kapitalmarkt verlassen würden. Also sprich, das ist eigentlich das Positive, dass die Schwellenländer nie die Möglichkeit hatten, so manipulativ einzugreifen, sodass sie eigentlich ganz normal funktionierten und die Marktmechanismen eben noch funktioniert haben. Das heißt, es musste ein Zins geboten werden, der das Risiko kompensiert hat. Was hat sich geändert? In den Schwellenländern relativ wenig. In den Industrieländern alles. Was wir festgestellt haben, ist, dass im Prinzip eine Anlegergeneration, wir hatten ja ein Niedrig- oder Negativzinsumfeld seit der letzten Finanzmarktkrise 2008 bis 2022, so 14 Jahre lang Nullzinspolitik, sodass wir in diesen 14 Jahren beobachtet haben, dass ganze Anleger- und Fondsmanagergenerationen es verlernt haben, wie überhaupt der Renten- oder der Zinsmarkt funktioniert. Ein typischer Mischfonds bestand so 90% aus Aktien, 10% Gold oder Bitcoins. Das war's. Der Zins war nicht vorhanden. Und das hat sich doch erheblich verändert. Also was hat sich hier getan? Nachfrageseitig extrem viel, weil die Investoren in den 14 Jahren ja gezwungen waren, Risiken einzugehen in Illiquidität, in Aktien oder auch in Bonitätsrisiken, die sie gar nicht eingehen wollten, nur ein gewisses Ertragslevel zu erreichen. Und das hat sich natürlich komplett gedreht, wenn allein der EZB-Leitzins eine 4 vor dem Komma hat. Dann ist man nicht mehr gezwungen, diese unnötigen Risiken einzugehen. Das heißt, nachfrageseitig fokussiert sich bei den großen institutionellen Investoren alles auf die magische 4% in Euro, in guter Bonität und in langer Laufzeit. Die kauft man sich ein und hält das, was man sich dort eingekauft hat, bis zur Endfälligkeit durch. Weil damit ist das regulatorisch geforderte Mindestniveau erreicht. Auf der anderen Seite, nachfrageseitig, muss man natürlich auch sagen, es gab ja sehr, sehr viele Geschäftsmodelle, die nur funktionieren, wenn der Zins bei Null ist. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Immobilienbereich komplett von dieser Nullzinspolitik abhängig ist. Der funktioniert auch bei 4, 5 oder 6% Zins. Aber einige dieser Geschäftsmodelle, die auf niedrigste Zinsen ausgerichtet waren und die auf unlimitierte Liquiditätsversorgung beruhten und natürlich auch auf dem Marktzugang, also immer wenn man eine Fälligkeit hat oder ein Kredit ausläuft, darauf angewiesen sind, dass man den weiterrollt. Das hat sich komplett verändert. Dieses Geschäftsmodell ist jetzt im Prinzip beendet und es muss sauber über die Zeit abgewickelt werden. Das heißt, die bestehenden Verträge müssen auslaufen und entweder man findet ein neues Geschäftsmodell oder man muss das vorhandene, was man hat, so zurechtschrumpfen, dass man im schlimmsten Falle die Insolvenz vermeidet. Und hat denn das Thema Inflation die Emerging Markets auch getroffen? Also gab es auch diese Ausreise nach oben oder leben die schon immer damit und haben sich auch viel besser darauf eingestellt, dass sowas mal zwischendurch kommt. Ja, da gibt es zwei wesentliche Beobachtungen, die auch wirklich vollkommen neu sind. Im Regelfall, so wie du es ja ansprichst, erwartet man ja, dass ein Schwellenland naturgemäß durch den Aufholprozess mehr Inflation eigentlich aus einer natürlichen auch Demografie heraus produziert als ein Industrieland. Was haben wir 2022 gesehen durch den großen Energiepreisschock, den wir hier in Europa hatten und die Schwellenländer darauf etwas, sagen wir mal, flexibler reagiert haben, indem sie zum Beispiel nicht auf billiges russisches Öl verzichtet haben, ist es einmalig in der Geschichte so, dass die Schwellenländer in Summe für sich betrachtet geringere Inflationsraten aufwiesen als die Industrieländer. Also sprich, dieser Schock, dieser Inflationsschock, der uns ja hier in Deutschland, in Europa prägt, der ist in den Schwellenländern gar nicht so stark ausgeprägt gewesen. Erstens, weil die Basis eine andere war, die war höher und der Anstieg war nicht so groß, weil man eben billigere Energiequellen genutzt hat, als wir es hier in Deutschland so beispielhaft vorgeführt haben. Das ist die eine Beobachtung, das heißt, die Schwellenländer waren weniger stark betroffen. Die zweite Beobachtung ist, dass die Notenbanken der Schwellenländer auch mit ein bis zwei Jahren Vorlauf schon die Leitzinsen angehoben haben, schon vor der EZB, schon vor der FED und dieses Inflationsproblem nicht verdrängt haben, sondern sie haben es herausgestellt, sie haben schon vorher dagegen gearbeitet, sodass sie natürlich auch weniger tun mussten als Notenbanken, die diesem Trend hinterherhecheln. Die müssen dann natürlich viel, viel mehr Anstrengung unternehmen, um die Inflation wieder einzufangen. Und deswegen haben die Schwellenländer, das muss man hier wirklich deutlichst herausheben, besser reagiert. Sie haben früher die Zinsen angehoben und sind jetzt auch in der Lage, die Zinsen schneller wieder zu senken und damit die Wirtschaft auch wieder anzukurbeln, wo wir uns jetzt ja gerade in Europa und in den USA schwer tun. Also kann man resümieren, dass im Grunde genommen die Schwellenländer diesen doch sehr starken Anstieg der Inflation deutlich besser ausgeglichen haben und im Endeffekt es zu einer deutlich normaleren Reaktion auch in deren Märkten kam, als das, was wir hier in Europa oder in Amerika auch gesehen haben? Auf jeden Fall. Dadurch, dass die Märkte vorher in den Schwellenländern normal funktioniert haben, musste man natürlich nicht so schockartig reagieren, wie das hier in der Eurozone oder in den USA der Fall war. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass man prophezeit hat, dass wenn die Zinsen mal wieder auf 4 Prozent in Europa steigen, dass dann ganze Staaten wie Italien, Spanien etc. pleite gehen, weil sie sich das gar nicht mehr leisten können. Was man da natürlich vergessen hat, ist, dass die Inflation natürlich auch Schulden anhält. Also man kann sich über die Inflation natürlich auch bequem entschulden. Erstmal real, dadurch, dass die Schulden an Kaufkraft verlieren. Und auf der anderen Seite natürlich auch, weil die Steuereinnahmen natürlich auch eine gewisse Inflationskomponente haben und auch schneller angestiegen sind, sodass auch hier es leichter ist, Schulden wieder tragfähig zu machen. Also das ist die Inflationsproblematik, die man unterschätzt hat, hier in den Industrieländern, in den Schwellenländern relativ gut adaptiert hat. Aber wenn man nochmal auf die Zinsseite zurückkommt, haben wir auch noch die angebotsseitige Veränderung, die sich dort ergeben hat. Das ist auch ein wesentlicher Faktor, denn es ist nicht nur so, dass der Zins wieder da ist und dazu führt, dass Schulden teurer werden, sondern man auf der anderen Seite natürlich auch noch das Problem, dass die Geldmenge ja wieder eingesammelt wird. Also die Notenbanken, die vorher sehr, sehr expansiv agiert haben und praktisch ja unlimitiert Liquidität zur Verfügung gestellt haben, die wollen jetzt ihre Bilanzen schrumpfen. Also sie wollen Geld einsammeln, sodass das, was man an Geldmenge verloren geht, natürlich nicht an Neukreditvergabe zur Verfügung steht. Das heißt, dieses Korsett, was sich dort zusammenzieht, wirkt in den Industrieländern enger als in den Schwellenländern, die gar nicht erst den Versuch unternommen haben, so manipulativ einzugreifen. Weil die auch die Möglichkeiten im Endeffekt dann auch vorher schon nicht hatten. Richtig. Jetzt haben wir ja in den letzten Wochen doch relativ stark auch das Problem mit der Verschuldung in den, sag ich mal, Kernstaaten, also den G7-Staaten, diskutiert, besonders der USA. Die USA betreibt ja zurzeit eine sehr expansive Fiskalpolitik, was vielen Leuten Sorgen macht. Also wir haben ein Debt-to-GDP von 124 Prozent, inzwischen 34.000 Milliarden Schulden, habe ich heute gesehen, also Bruttoschulden. Macht dir das auch Sorgen? Siehst du da irgendwie, sag ich mal, auch im Rahmen deiner Investments Probleme kommen oder glaubst du, die USA ist wirklich so ein Sonderfall, die sich das auch leisten können? Ja, ich bin bei der wirklich zweiten Antwortsebene. Ja, die USA stellt die Weltleitwährung, den US-Dollar. Das ist ein Fund, mit dem die USA wuchern kann. Und das gibt ja auch die Diskussion seit zwei Jahren, aufgrund der Sanktionen, die man eingeführt hat, die Enteignung der russischen Notenbankreserven, das Bestreben der östlichen Welt, sich von der Vorherrschaft des Dollars abzulösen. Ist der Dollar in Gefahr? Auch mit der Frage der US-Staatsverschuldung. Und da kann ich nur sagen, es ist natürlich nicht positiv zu bewerten, was dort an der Schuldenaufnahmefront passiert in den USA. Auf der anderen Seite ist der US-Dollar der Blinde unter den Einäugigen. Das heißt, es gibt niemanden, keine andere Währung, die die Vormachtstellung des Dollars infrage stellen kann. Sodass man sich, wenn man die USA ist, es sich auch leisten kann, diesen Schuldenstand noch weiter aufzublähen. Und es ist auf der anderen Seite auch eine Thematik, die man an Zahlen nur schlecht messen kann. Beispielhaft ist der Schuldenstand, also Schulden zum Bruttoinlandsprodukt in Japan noch viel, viel höher. Und auch da stellen wir uns seit Jahrzehnten die Frage, wann ist dort ein Bruchpunkt erreicht? Ist das tragfähig? Und hier muss man wieder dann auch, glaube ich, auf die Kernfrage zurückkommen. Wir haben einen Vergleich von einer Bestandsgröße, das heißt die absolute Schuldenhöhe, die sich dort präsentiert, zu einer Flussgröße, also zu einer fließenden Größe das Volkseinkommen, das Bruttoinlandsprodukt. Beides kann man nicht miteinander vergleichen. Das heißt, es gibt keine feststehende Grenze, wo der Schuldenstand not sustainable wird, also wo man ihn nicht mehr bedienen kann. Die Entscheidung, bezahle ich meine Zinsen, weil im Endeffekt muss man ja sagen, die Schulden werden nie wieder zurückgezahlt. Also wenn eine US-Staatsanleihe ausläuft, wird sie durch eine neue ersetzt. Was man bezahlen muss aus dem Haushalt sind die Zinsen. Und die Frage, kann ich mir den Zinsdienst auf diesem Batzen US-Staatsschulden noch leisten? Ja oder nein? Ist doch nur eine theoretische, denn man hat ja jederzeit die Möglichkeit, Steuern zu erhöhen. Und dann wird es abgelöst von einer politischen Frage. Das heißt, wie viel Schmerz möchte ich meiner Wählerschaft zumuten? Und wo ist der Punkt erreicht, wo ich das nicht mehr vertreten kann in einer Demokratie? Und wo es günstiger ist, in den Staatsbankrott zu gehen und nochmal von vorne anzufangen, als noch weiterhin diese überbordene Staatsschuld zu bedienen? Und bei diesem Punkt sind wir noch lange nicht angekommen in den USA. Das heißt, man kann die Schulden noch weiter ausdehnen. Das ist der eine Punkt, solange man die Weltleitwährung stellt. Was sich zum Beispiel auch daran äußert, dass wenn man dazu neigt, zu viel Schulden auszugeben, es im Regelfall ja mit einer Währungskrise einhergeht. Das heißt, ein Ausländer würde ja erkennen, okay, die Staatsschuld der USA wackelt, ich verkaufe mal lieber den Dollar. Und das ist noch bei Weitem nicht zu erkennen. Der Dollar geht im Moment sogar stark. Das heißt, wir haben immer die Situation, dass der Dollar die Fluchtwährung ist. Und immer wenn es kriselt, und wir brauchen es ja gar nicht über die ganzen geopolitischen Themen, die es auf der Welt im Moment gibt, zu unterhalten, aber immer, wenn eine Krisenwährung gefragt ist, ist es der Dollar. Und was für uns sich dann vielleicht noch vollkommen komisch anhört, aber das haben wir immer wieder, wenn es wirklich auch am Kapitalmarkt wackelt und am Anleihmarkt wackelt, dann gibt es nicht nur die Flucht in den sicheren Hafen, sondern dann hat man immer wieder das Phänomen der Dollarknappheit. Das heißt, wir reden hier über einen enorm aufgeblähten Schuldenstand der USA. Aber wenn es zu einer Krise kommt und eine Nachfrage nach Dollarn da ist, dann stellen wir fest, oh, Dollar sind auf einmal knapp. Und das zeigt uns, okay, da ist noch eine Menge Potenzial da. Glaubst du denn, die Europäer sind zu konservativ in ihrer Schuldensicht? Können die das ähnlich machen wie die USA oder fehlt denen diese Superpower der Weltleitwährung? Richtig. Also das ist das, was Europa fehlt. Als Deutscher ist man natürlich eher dazu geneigt, auch im gewissen Verhältnis zum Finanzminister zu sagen, ja, es ist durchaus sinnvoll, nicht nur die Schuldenbremse einzuhalten, sondern konservativ verschuldet zu sein. Denn, das muss man auch ganz ehrlich sagen, wer keine Schulden hat, der kann auch nicht pleite gehen. Also wenn man sich immer konservativ und vernünftig verhält, wird man auch nie ein Problem haben. Das ist die eine positive Seite. Die Frage ist dann, verschenkt man Wachstumspotenzial, indem man jetzt kurzfristig Schulden aufnimmt, um sie irgendwann mal abzutragen. Aber wie wir schon festgestellt haben, Schulden werden ja nie abgetragen, sondern es wird ja dann immer wieder das nächste unproduktive Projekt gefunden, sodass eigentlich der eigentlich gut gemeinte Zweck der Schuldenaufnahme dann leider wieder durch unsinnige Ausgabenprogramme konterkariert wird. Und die in Deutschland und die Eurozone, die können sich das nicht leisten, weil es eben erstens in der Eurozone kein Safe Asset gibt. Das heißt, es gibt keine gemeinschaftliche Anleihe, die von allen EU-Ländern oder Euro-Ländern haftend, gesamtschuldnerisch haftend getragen wird. Das ist der eine Effekt. Und der andere Effekt ist natürlich auch, dass wir eine Notenbank haben, aber viele verschiedene Länder. Und das ist in der Eurozone ja durchaus möglich, siehe Griechenland, dass es eben zu Länderkrisen kommt. Und das ist etwas, was den Euro noch weit entfernt von dem Status einer Weltleitwährung bringt. Er hat in der Bedeutung nicht mal die Hälfte des Gewichtes vom US-Dollar, wenn man sich die weltweiten Devisenreserven anschaut. Und meines Erachtens wird es auch nicht unbedingt besser werden, weil wir in der Eurozone auch ein demografisches Problem haben. Das heißt, unser wirtschaftliches Schwergewicht wird auch nicht den Rang erreichen, den China einmal bekommen wird oder den die USA jetzt haben. Jetzt gehen wir mal weiter auf das, was Zinsmärkte auch noch bewegt, nämlich der Leitzins. Wir haben ja in den letzten zwölf Monaten eine wilde Diskussion gehabt über Zinssenkungen, die gerade Ende letzten Jahres schon sehr, sehr stark in den Ideen, also in den Forward-Kurven eingepreist waren. Das hat sich jetzt fast schon wieder erledigt. Was ist denn deine Ansicht für die Eurozone und für Amerika? Wo werden denn die Leitzinsen hingehen in diesem Jahr? Das ist etwas, was ich sehr, sehr aktiv immer verfolge, wenn die Notenbank-Pressekonferenzen dort einsetzen. Es ist mal wichtig, nicht nur zu schauen, was wird getan, sondern wie wird es auch verbal begleitet. Und das ist in diesem Jahr besonders schwierig. Denn erstens, du hast es angesprochen, es gibt ja mal Prognosen und die sogenannten Forward-Kurven. Das heißt, wie sieht die Zinskurve in die Zukunft interpoliert aus? Was erwarten die Marktteilnehmer an Reaktionen? Und hier kann man nur eines dem Zuhörer mitgeben. Während der gesamten 14 Jahre Null- und Niedrigzinspolitik haben die Forward-Kurven immer gesagt, der Zins steigt. Und der ist nicht gestiegen. Sie waren also 14 Jahre lang falsch. Jetzt hast du es ja schon richtig gesagt. Die Forward-Kurven sagen, der Zins wird fallen. Noch im Januar 2024 haben die Forward-Kurven gezeigt, dass es sechs Leitzinssenkungen der US-Notenbank in diesem Jahr geben wird. Und auch noch geballt ab Juni beginnend. Das ist schon bereits fast vollkommen ausgepreist. Denn wir haben in den USA, wenn wir dort mal von der wichtigsten Notenbank ausgehen, die Schwierigkeit, dass wir dieses Jahr ein Wahljahr haben. Und es gehört sich, also eine Notenbank ist ja nicht vollkommen politisch unabhängig. Das muss man ja leider so sagen. Sie soll eine unabhängige Institution sein. Aber Notenbank-Gouverneure werden regelmäßig nicht vom Volk gewählt, sondern von Politikern eingesetzt. Und so gehört es sich. Das ist ein nicht ausgesprochenes Gesetz, dass Notenbanken während US-Wahlen die Füße stillhalten. Das heißt, mitten in dem Wahlkampf wird man nicht die Zinsen senken, um sich angreifbar zu machen. Ja, man hätte ja der amtierenden demokratischen Präsidentschaft geholfen, indem man noch zusätzlich durch Zinssenkungen die Wirtschaft ankurbelt. Diesen Vorwurf will man sich nicht einhandeln. Und da laufen wir in ein sehr, sehr enges Zeitfenster. Zwischen Juni, den frühestmöglichen Zeitpunkt, wo man überhaupt über Zinssenkungen nachdenken könnte, weil die Inflation in den USA nicht so stark runterkommt, wie erwartet, und der US-Wahl. Das Zeitfenster, wo man also eine Leitzinssenkung machen kann, verkürzt sich immer mehr. Und man hofft und betet, dass die CPI-Zahlen, also dass die Inflationszahlen, wirklich nur den kleinsten Hoffnungsschimmer geben, damit man noch schnell eine Leitzinssenkung machen kann. Und da bin ich mir, also ich persönlich würde davon ausgehen, dass es noch eine Leitzinssenkung geben wird. Dann die US-Wahlen man abwarten wird. Das heißt, ab September kann nichts mehr passieren? Richtig. Also das ist für mich ausgeschlossen. Da sollte man die Füße stillhalten. Ansonsten macht man sich politisch angreifbar. Und danach wird es schwierig, weil wenn die Inflation dann nicht runterkommt, könnte das durchaus die letzte Leitzinssenkung für dieses Jahr gewesen sein. Die EZB ist in einer etwas komfortableren Lage, muss man sagen. Denn erstens ist die Wirtschaft schwach. Das heißt, es besteht auch eine Notwendigkeit hier, Leitzinssenkungen durchzuführen. Die EZB hat, wenn man sich das relativ zur FED anguckt, zu spät angefangen mit den Leitzinserhöhungen und hat dann viel zu restriktiv überzogen. Das heißt, am Ende hat man viel zu viel gemacht. Das war eigentlich nicht mehr nötig. Jetzt hat man auch wirklich eine Breitunterstützung bei so vielen Industriesektoren, die hier in der Eurozone wirklich ja in Probleme geraten sind. Der Immobiliensektor, der Bausektor, Konsumentenkredite, Automobilsektor, die Energiewirtschaft. Wenn man sich das anschaut, hat man wirklich eine Breitunterstützung dafür, dass Leitzinssenkungen vorgenommen werden. Und die Inflation, das muss man ja auch sagen, ist relativ zur US-Inflation doch besser zurückgekommen, sodass man sich das auch eher leisten kann, seitens der EZB die Zinsen zu senken. Und man jetzt sogar den Effekt haben könnte, dass die EZB noch vor der US-FED senkt, was natürlich zu einer Schwäche der Gemeinschaftswährung Euro führen wird. Das ist mit Sicherheit so. Aber deswegen komme ich nochmal zurück auf die Notenbank-Pressekonferenz, die ich mir sehr, sehr gerne anhöre. Beide Notenbank-Chefs, sowohl in den USA wie auch hier in der Eurozone, betonen verbal jedes Mal, dass sie sich wirklich bewusst sind, welchen Druck zu hohe Leitzinsen, welche strangulierende Wirkung das auf die Realökonomie ausübt, sodass sich beide wünschen, sie wollen die Leitzinsen senken und sie wünschen sich nur den kleinsten Hoffnungsschimmer auf der Inflationsfront, damit sie auch zur ersten Leitzinssenkung den Schritt auch vollziehen können. Und glaubst du denn, dass die EZB dann mehrere Schritte noch in diesem Jahr macht, auch wenn die FED vielleicht nur einen macht? Weil es gibt ja auch Stimmen der EZB, wenn man so hört, die sagen, wir sollten schon gucken, auf was die FED macht, weil das ist ja so, das große Bruder, ja. Ich glaube, das wäre ein großer Fehler, denn die EZB betont immer ihre Unabhängigkeit und Unabhängigkeit heißt natürlich auch, dass sie für ein Gebilde wie der Eurozone einen gemeinschaftlichen Zins setzen muss. Das ist schon an sich schwer genug. Wenn man sich dann noch abhängig macht von externen Faktoren wie der US-Notenbankpolitik, dann ist es schier unmöglich, dort noch wirklich eine vernünftige Geldpolitik umzusetzen. Denn wenn man jetzt ganz ehrlich ist, muss man ja sagen, dass das Wachstum in Deutschland so miserabel ausfällt, dass der Leitzins isoliert für Deutschland betrachtet viel zu hoch liegt. Während es in anderen Ländern, die deutlich besser dastehen, auf der Wirtschaftswachstumseite und auf der Inflationsseite, weil sie weiter weg sind von diesem Energiepreisschock, den der Russland-Ukraine-Konflikt ausgelöst haben, dass in diesen Ländern der Leitzins vielleicht noch adäquat wäre. Jetzt kommen wir doch mal auf deine Emerging Markets zu sprechen. Die aktuelle Entwicklung würde mich mal interessieren. Lass uns doch mal anfangen vielleicht mit der ökonomischen Entwicklung. Also wie geht es den Ländern gerade ökonomisch? Gibt es große Krisen? Geht es dem relativ gut? Was sind so die Prognosen für das Wirtschaftswachstum? Wie sieht es da aus? Es ist natürlich nicht alles rosig. Das ist, glaube ich, auch selbstverständlich in der Gemengelage, in der wir uns befinden. Wir haben geopolitisch gestört, haben wir nicht nur diesen Inflationsschock gehabt, sondern wir haben auch Lieferkettenprobleme. Wir haben das Thema der Deglobalisierung. Die Welt teilt sich in Blöcke auf. Wir alle wissen, dass es, wenn man weltweit vernetzt ist, es Produktivitätsvorschritte auch gibt, weil es einfach mal sinnvoller ist, Bananen in der südlichen Welt anzupflanzen und nicht in Deutschland. Ich glaube, das ist für jeden offensichtlich, sodass es der weltweite Handel, wenn man das global vernünftig macht, Wohlstandsförderlich für alle ist. Und dieser Welthandel ist im Moment gestört. Wenn wir dann an die großen Blöcke rangehen, also wer sorgt denn jetzt nicht nur prozentual gesehen, sondern auch vom Gewicht für das große Wachstum? Dann haben wir die USA. Ja, die machte Schulden finanziert mit Inflationsproblemen hintendran. Aber wir haben auch China, die ja doch in den letzten Jahrzehnten für einen wirklich Großteil des Weltwirtschaftswachstums alleine gesorgt haben. China wächst unterdurchschnittlich. Also sie wachsen noch, ja, soweit man auch diesen offiziellen statistischen Angaben überhaupt trauen mag. Aber sie wachsen noch. Aber für sich allein genommen ist es zu wenig. Wir haben in China darüber hinaus eine Mobilmarktkrise. Und wir haben die Situation, dass während weltweit ja die Zinsen angestiegen sind, das Wirtschaftswachstum in China so schwach war, dass die Notenbank die Zinsen jetzt sogar gesenkt hat. Wir haben dort Anleihrenditen auf Yuan, Renminbi-Anleihen von zwei bis drei Prozent. Das ist im weltweiten Wettbewerb natürlich viel zu wenig und sorgt dafür, dass der Yuan abwertet. Gut, die Wirtschaftsentwicklung wird gestützt, weil ein abwertender Yuan macht im Exportgeschäft natürlich wieder etwas an Wettbewerbsfähigkeit mit. Aber in Summe gefragt, für die Schwenländer ist natürlich ein schwaches China mit dem Wachstumsproblem, den wir weltweit haben, natürlich nicht positiv. Das heißt, die Schwenländer wachsen noch, sie wachsen deutlich besser als die Industrieländer. Aber global ist es schon so, dass wir uns in einem eher stagflationären Umfeld bewegen. Also hier wirklich von überzeugenden Wachstumsraten zu sprechen, wäre überzogen positiv dargestellt. Aber grundsätzlich, wenn ich das vergleiche, hätte ich lieber den Wachstumsschmerz der Schwenländer als die Problematik, die wir in Deutschland haben. Wenn du jetzt sagst, dass gerade China unter dem schwachen Wachstum leidet, hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass die Videos schon als die Lieferketten sich ändern, also dass Firmen versuchen, sich etwas unabhängiger von China zu machen, zu sagen, wir gehen nach Vietnam, wir gehen nach Indien. Also profitieren die dann viel mehr davon und können das ersetzen oder geht das gar nicht so leicht? Das ist auch was uns, wir sind ja Anleiheninvestoren, das ist ja eher eine Frage der Wirtschaftspolitik, die dann ja eher für den Aktienmarkt ein Thema sein sollte. Aber der Trend, den du da beschrieben hast, also dieses Friendshoring, Nearshoring, wie man das immer ausdrückt, die Verlagerung beispielsweise der Produktion, die amerikanisch gesteuert ist nach Mexiko, die hat so erhebliche Effekte, dass sie auch auf den Zinsmarkt ausstrahlt. Also beispielsweise der mexikanische Peso ist für uns viel zu stark, weil da fließt wirklich so viel Geld rein nach Mexiko in Produktionskapazitäten, die Lieferketten werden komplett umgebaut und wir fragen uns schon bei diesem starken Währungsniveau des mexikanischen Pesos, macht es überhaupt noch Sinn, die Produktion dahin zu verlagern? Und die Antwort ist immer ja, ja. Die Arbeitskosten, sage ich mal auch, das Regulationsniveau ist dort so niedrig, dass es immer noch Sinn macht, die Produktion nach Mexiko zu verlagern, trotz stark aufwertenden Pesos und trotz der Inflation, die sich dort präsentiert. Wir bekommen in Peso beispielsweise Renditen, die sind im zweistelligen Bereich für dreifach angerätete Schuldner. Das zeigt also auch, selbst für den Zinsinvestor, ist das ein Thema, an dem man nicht mehr vorbeikommt. Die Lieferketten werden komplett umgebaut und was man da auch nicht vergessen darf, ist, dass die wirkliche Sanktionswelle, die eingesetzt hat, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, dass das wirklich ein Schockzustand in allen Köpfen der Entscheider, die über Kapitalallokation entscheiden, dann eben auch geführt haben, dass die eben sich nur die eine Frage stellen lassen müssen, was passiert, wenn China nur einen Schritt in Richtung Taiwan macht. Müssen wir mit den gleichen Folgen leben? Und wenn dann so viel global, nicht nur vom Weltwirtschaftswachstum, sondern eben auch vom Wohl und Wehe, einzelner Aktiengesellschaften und dem China-Faktor abhängt, dann muss man sich, glaube ich, davon lösen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist auch, dass die Corona-Pandemie ja gezeigt hat, dass es durchaus auch ungünstig sein kann, wenn man in der Arzneimittelproduktion nur vom einen Land weltweit abhängig ist. Das heißt, auch das führt nicht nur dazu, dass man sich fragt, wo kann man günstig irgendwas produzieren, sondern man muss sich natürlich auch fragen, wo kann ich es sicherstellen, dass ich immer einen Zugang zu überlebensnotwendigen Dingen habe. Und dieser Umbau vollzieht sich. Das geht auch weg von China. Vietnam ist auch ein großes Thema im Zinsmarkt. Indien ebenfalls. Indien entwickelt sich im Moment rapide und wird auch in einem der wichtigsten Anleiheindizes noch im Jahr 2024 aufgenommen und auch gleich mit dem Maximalgewicht. Also es zeigt auch dort, da werden wirklich große Kapitalumschichtungen vorgenommen. Führt das eigentlich zu einer Verbreitung des Wachstums in den Schwellenländern im Gegensatz zu früher oder ist das noch nicht so weit? Also dass es auf mehrere Töpfe sozusagen verteilt wird dann? Es wird verteilt auf mehrere Töpfe. Das ist mit Sicherheit so. Wir sehen es ja eben auch, dass viel Produktion von China nach Indien, Vietnam und so weiter verlagert wird. Ob das dann sich am Ende produktiver, also volkswirtschaftlich, global betrachtet, effizienter ist, die Frage ist dahingestellt. Aber wir sind an einem Punkt innerhalb unserer Blockbildung, die sich geopolitisch durch die Risikofaktoren herausgebildet hat, dass sich niemand mehr die Frage stellt, ist es sinnvoll, das zu tun? Sondern jeder hat irgendwie die Notwendigkeit eingesehen, dass man es tun muss und jeder hat, glaube ich, auch realisiert, dass das einen Preis hat. Also dass es durchaus auch mehr kosten kann, wenn man es dafür auf sichere Beine stellt. Und wie sind die Auswirkungen denn auf die Zins- und lokalen Währungen? Also beim Zins sagtest du ja schon, können die Schwellenländer inzwischen zu Zinssenken übergehen? Ist das so ein generelles Phänomen oder ist das Heterogen? Nein, also wenn man jetzt von absoluten Krisenfällen Abstand nimmt, wie die Türkei die Not-Leitzins-Anhebungen umsetzen muss, damit sie die Währung einfängt, ist es, wenn man die Schwellenländer in Summe betrachtet, ein globaler Trend. Sie hatten nicht diesen starken Inflationsanstieg, sie haben früher reagiert, sie haben die Inflation schneller bekämpft, können jetzt also senken. Das machen sie wirklich auch Schritt für Schritt in geordneten Bahnen. Und was wir auch nicht unterschätzen dürfen, von viel, viel höheren Leitzinsniveaus, die wir uns hier in der Eurozone gar nicht mehr vorstellen können. Also wenn es noch in der Niedrigzinspolitik bei den Schwellenländern teilweise ein Zinsniveau gab zwischen 2, 3 und 4 Prozent und die die Leitzinsen dann in Richtung 12, 13, 14 bis an die 20 Prozent heran angehoben haben, dann haben die natürlich auch viel mehr Speck auf den Rippen. Also sprich, können viel mehr Leitzinssenkungen umsetzen als eine EZB, die es ja gerade mal geschafft hat, den Leitzins auf 4 Prozent zu bringen. Da kann man also weniger Schritte vollziehen als beispielhaft in Ungarn, wo wir teilweise bei 18 Prozent Zins nahen. Und das in einem EU-Mitglied. Das zeigt natürlich also auch, dass dort diese Leitzinssenkungen auch notwendig sind. Denn sind wir ehrlich, bei 18 Prozent Zins in Ungarn gibt es einen sogenannten Crowding-Out-Effekt. Das heißt, wenn man versucht, eine Volkswirtschaft, einen Betrieb mit 18 Prozent risikolosem Zins plus Aufschlag, also sagen wir mal, im Ende dann mit 25 Prozent Kreditzins am Laufen zu halten, dann ist das schierunmöglich. Das heißt, die Realökonomie bei zu hohem Zinssiv, die schrumpft, weil man sich das einfach nicht leisten kann, ist die Schuld zu bedienen. Und gleichzeitig bei 18 Prozent sagt sich der Investor, na, da kann ich doch die Staatsanlage kaufen. Also es geht dann mehr in Richtung staatlichen Sektor. Und dieser sogenannte Crowding-Out-Effekt, der zu hohe Zins drängt den Realsektor zurück, der muss natürlich auch kontrolliert werden. Denn ganz ehrlich, wir brauchen die Realwirtschaft. Ansonsten ist natürlich auch kein Finanzwesen möglich. Wie haben die Lokalwährungen reagiert? War es da eher so, dass die jetzt, sage ich mal, durch die positive wirtschaftliche Entwicklung gegenüber den westlichen Ländern auch eine Stärke gewonnen haben? Oder ist da wenig passiert? Wenig bis gar nichts, die kurze Antwort. Also wir beobachten, für viele vielleicht überraschend, dass wir seit mehreren Jahren eine geordnete Seitwärtsbewegung haben. Das heißt, natürlich gibt es Schockphasen wie die Corona-Pandemie, wo erstmal alles abverkauft wird. Da verlieren natürlich auch Schwende in der Währung. Aber dieser Effekt hat sich ja relativ schnell wieder normalisiert. Und was dann mit dem Ausbruch des Russland-Ukraine-Konfliktes passiert ist, hatte praktisch keinerlei Auswirkungen mehr auf die Währung, die in Summe, wenn man das als Aggregat zusammenfasst, eigentlich in die Seite tendieren. Dann allerdings, wir haben ja ein weltweites Mandat, einen weltweiten Fonds, jetzt inzwischen 10% Zinsen zahlen. Das heißt, der Investment-Case, Lokalwährung, ist natürlich viel, viel attraktiver geworden. Wir haben in den letzten Jahren seitwärts tendierende Währung mit niedriger Volatilität. Also die Schwankungsbreite ist auch erstaunlicherweise viel, viel niedriger, als man sich angesichts der vielen Risiken das ausmalen würde. Und wir haben gleichzeitig einen überdurchschnittlichen hohen Zins in Summe, im Aggregat, wie gesagt, bei über 10%, der auch langfristig nicht durchhaltbar ist. Also wir beobachten den globalen Zinsmarkt seit 25 Jahren und können daraus als Faustformel ableiten, dass 7% als globaler, als sogenannter Weltzins einen Normalzustand darstellt. 10% ist zu hoch und 10% muss runterkommen auf 7%. Ansonsten haben wir weiterhin es mit einem sehr, sehr stark eingeschränkten Wirtschaftswachstum zu tun. Aber kann das nur passieren, wenn auch, sag ich mal, in den USA die Zinsen sinken? Oder kann das auch unabhängig geschehen? Die USA hat durch ihre Weltleitwährungsfunktion natürlich eine Vormachtstellung und gibt auch die Weichen vor. Ja, das ist so. Es gibt dann natürlich aber auch Phasen, wie in China, die ja auch sehr, sehr stark im Exportsektor mit den USA verflochen sind, die auch einer der größten Halter von US-Staatsanleihen sind, die im Prinzip ja auch viel den US-Dollar fakturieren, die dann eben in diese Lage kommen, wie China, die sagen müssen, es ist mir eigentlich egal, wo der Fetleitzins ist, ich muss senken. Ja, also es gibt dann immer noch diese Zwänge auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es so, dass der Zinsvorsprung, der aktuell geboten wird, also die Summe des Weltzinses, also aller Schwellenländer Zinsen, die es da gibt, gegenüber dem US-Notenbankzins, dieser Vorsprung ist so hoch, das sind ja fast 5%, dass man also durchaus auch sich vorstellen kann, dass die Schwellenländer senken, während die US-Fed nichts tut, denn wenn man von, sag ich mal, rund 5% Zinsvorsprung rein theoretisch runterkommen würde, auf nur 3, sind 3 immer noch ein Zinsvorsprung und der würde immer noch ausreichen, um in Summe die Lokalwährung attraktiv erscheinen zu lassen. Aber die Frage ist deswegen berechtigt, weil du ja auch im Hinterkopf hast, dass viele Schwellenländer Währungen ja auch eine Preiswährung haben, also sie werden gegen den Dollar bepreist und dann muss man natürlich immer darauf schielen, Gesamt-Lateinamerika wird gegen den Dollar gepreist, Afrika wird gegen den Dollar gepreist, in Asien ist es auch so und dann gibt es noch einen Faktor, das sind die Länder um uns herum. Die Eurozone hat also auch zumindest in Europa zur Hälfte einen gewissen Einfluss. Das heißt, auch hier in Europa würden wir uns es leichter tun, in den Schwellenländern, die es hier gibt, vor Ort, die Zinsen zu senken, weil der US-Einfluss nur zur Hälfte einschlägt. Nun haben wir in früheren Phasen bei stark steigenden Zinsen, gerade in Amerika, die Länder auch Probleme gehabt, sich zu refinanzieren, die Schwellenländer. Wie sieht es denn da aktuell aus? Kommen die leicht an Kredite ran? Du sagtest schon mal so ein bisschen, dass Investoren sich auch zum Teil wieder in Hartwährungen, den Hartwährungen zugewandt haben, weil es im Dollar jetzt doch wieder 5% gab. Wie sieht die Kreditversorgung in diesen Ländern aus? Ja, da hat sich in den letzten Jahren Erhebliches getan. Der Zinsschock, der 2022 eingesetzt hat, der im Prinzip ein Nachläufer war von dem vorhergehenden Corona-Schock und der Pleitewelle, die es beispielhaft auch auf dem afrikanischen Kontinent gegeben hat, der hat dafür gesorgt, dass Imitenten mit schlechter Bonität praktisch überhaupt keinen Zugang mehr zum Kapitalmarkt hatten und dadurch sich auch gezwungen sahen, in den Bankrott zu gehen, um die Schulden umzustrukturieren. Hier sehen wir 2024 wirklich eine Kehrtwendung, wie wir sie wirklich nur selten gesehen haben in den letzten 25 Jahren, dass allein die kleinsten Signale ausreichen, um ein Land von komplett ausgeschlossen vom Kapitalmarkt wieder vollständig zu rehabilitieren, sodass wir also auch hier sehen, dass der afrikanische Kontinent in der Lage ist, unter 10% in Dollar sich neu zu verschulden, also hier auch Anleihen auszugeben. Und auf der anderen Seite sehen wir etwas, was vielleicht für einige Kapitalmarktbeobachter negativ ist, aber dass einige Länder auch nachfrageseitig sagen, ich will diese hohen Zinsen, also mindestens 5% US-risikoloser Zins plus mein Bonitätsspread obendrauf, sodass ich dann bei rund 10% Gesamt-All-In-Kosten bin für meine Staatsverschuldung. Das will ich nicht mehr bezahlen. Ich wende mich komplett ab vom Anleihenmarkt und gehe hin zu Förderbanken, also zu den sogenannten konzessionellen Krediten, wo dann eben weltweite Institutionen wie die Weltbank Länder finanzieren und das viel, viel günstiger tun. Das ist auf der einen Seite natürlich negativ, weil es kommen keine neuen Anleihen, wenn die Länder umschwenken auf die günstigere Förderbankenfinanzierung. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder positiv für die alten Anleihen, weil die werden dadurch sicherer. Es kommen keine neuen mehr nach und wenn die Länder in der Lage sind, sich nicht für 10% zu verschulden, sondern, sage ich mal, für 5% mit einem kleinen Aufschlag, also zu 6% sich zu verschulden, ist natürlich sehr, sehr förderlich für die Staatsfinanzen vor Ort, sodass man das alles wirklich zweigespalten sehen muss. Und was wir hier beobachten, das schließt sich vielleicht dann eben auch in der Folge an für das Anlegerverhalten, ist, dass die Investoren ja 14 Jahre lang zu hohe Risiken eingegangen sind, auch auf der Bonitätsseite. Sie haben zu viel Ramschbonität gekauft, und sie haben jetzt die Möglichkeit, Investment-Grade zu kaufen. Alles bis dreifach B- ist im Prinzip vollkommen problemlos platzierbar, das wird weggekauft, sodass also auch, wenn man sich hier die Frage stellt, nach Risikonutzen, man feststellen muss, der Bonitätsaufschlag für Investment-Grade gerätete Schuldner ist so niedrig, seit langem nicht mehr, weil sich dort die gesamte Investoren-Nachfrage bündelt. Während auf der anderen Seite die Gesundheit heilt, also die Hochzinsschuldner, also die mit Bonität unterhalb von dem B-Bereich, ich rede jetzt schon gar nicht über den C-Bereich, da dürfen ja die Versicherungsinvestoren ja gar nicht neu allokieren, die sind so weit, sage ich mal, in den Ausfallerwartungen bepreist, dass es sich immer noch lohnt, sich diese Länder anzuschauen. In Summe haben die einen Aufschlag von rund 700 Basispunkten, übersetzt für den Zuhörer, 7% Zinsaufschlag für Schulden, die nicht erster Güte sind, wo mit Sicherheit auch 2, 3, 4, 5% im Jahr ausfallen. Aber wenn man, sage ich mal, das Ganze breit gestreut angeht, das Thema, also mindestens, dass über 100 Länder streut, mindestens über 400 Anleihen auch breit diversifiziert und dann davon einige ausfallen, dann ist es immer noch eine Rechnung, die aufgeht. Das heißt, dieser Aufschlag für die komplett überzogenen Ausfallerwartungen, der ist so hoch, dass er für eine Vielzahl von Risiken kompensiert. Wenn man über den Anleihbereich spricht, darf man die Ratingagenturen ja nicht vergessen, weil die spielen ja eine wichtige Rolle. Wie haben die sich denn in den letzten Jahren gegenüber den Emerging Markets verhalten? Wie immer leider sehr prozyklisch. Das heißt, als Risikowächter dienen die Einschätzungen der Ratingagenturen zur Kreditbonität von Ländern leider wenig, weil es dem Investor nicht hilft, wenn das Kind schon sprichwörtlich in den Brunnen gefallen ist, dann die Bestätigung durch die Ratingagenturen zu bekommen. Was man sich als Risikomanager wünschen würde, ist, dass man bevor das Risiko eintritt, eine Warnung ausspricht. Da könnte was passieren, bitte reagiere. Aber leider kam die Abstufung nach 2020, wie man so schön sagt, after the fact. Also der Schaden war schon eingetreten und die Ratings kamen zu spät, also prozyklisch zu negativ. Das führte sogar dahingehend so weit, dass der afrikanische Kontinent auch wirklich Lobbying betrieben hat und sich komplett diskriminiert gefühlt hat von den Ratingagenturen, die komplett nach unten überzogen haben in zu tiefen Bonitätsbewertungen. Und jetzt auf der anderen Seite sehen wir seit gut einem Dreivierteljahr Ratingaufstufung, was natürlich auch wieder etwas zu spät ist. Es ist grundsätzlich positiv zu sehen, dass dieser Ratingtrend nach oben einsetzt. Auf der anderen Seite würde ich mir allerdings schon eine gewisse Leitfunktion wünschen, weil wir beispielhaft einige wirklich gravierende Risse, die dieser Zinsschock im Fundament gebildet hat, noch gar nicht angesprochen haben. Also wir sehen jetzt, dass die Ratings aufgestuft werden, aber gleichzeitig sehen wir, dass die Konsumentenkredite, dass Kreditkartenschulden, dass Autokredite so weit in den Verzug geraten, wie wir das seit Jahrzehnten nicht beobachtet haben. Das heißt, dieser hohe Zinsschock hat nicht nur hier in Deutschland zum Erliegen der Immobilienkrediten nach Frage geführt, sondern auch in den Konsumentenkreditbereichen gibt es erhebliche Ausfallraten, die noch weiter am Ansteigen sind. Und ich glaube, wir wissen das alle, wenn der Amerikaner nicht mal mehr seine Kreditrate für sein Auto und für sein Haus bezahlt, dann muss schon wirklich was Großes vorgefallen sein, weil das ist normalerweise das, was man als letztes aufgibt. Und hier sehe ich eher die Gefahr, dass auch hier die Bonitätseinschätzungen jetzt wieder angehoben werden, während aber gleichzeitig die Ausfallraten auf einem hohen Niveau sind bereits und aus meiner Beobachtung auch bleiben werden. Denn Schuldner gehen ja nicht vorausschauend pleite, sondern sie warten ja normalerweise, bis der Kredit fällig wird und schauen dann, kann ich den neu finanzieren, dann gehen sie nicht pleite oder kann ich ihn mir nicht mehr leisten, weil der Zins so hoch ist oder andererseits ausgedrückt auch angebotsseitig wird mir auch gar kein Kredit mehr angeboten und dann gehen sie pleite. Und das ist eben so, dass wenn man jetzt beispielhaft im Jahr 2020 einen zehnjährigen Kredit aufgenommen hat, dann stellt sich die Frage erst im Jahr 2030. Das heißt, wir reden hier über einen sehr, sehr langen Nachlauf, den der Zinsschock ausgelöst hat, der also auch dauerhaft aus meiner Sicht zu erhöhten Ausfallbefürchtungen führen wird und hier muss man, was die Kreditselektion, also was die Schuldnerselektion angeht, im Anleihbereich sehr, sehr vorsichtig bleiben. Und das heißt, du redest dann hier von den entwickelten Märkten oder eher von den Schwellenländern, wenn du sagst, die Konsume sind relativ schwach, was die Kreditzahlung betrifft? Das ist leider ein globales Phänomen. Wir haben in den Schwellenländern auch erhöhte Ausfallraten Gut, die waren immer höher als in den Industrieländern. Ich glaube, das ist für jeden selbstverständlich. Nicht nur, weil die wirtschaftliche Lage in den Schwellenländern prekärer ist, also man kann leichter seine Existenz verlieren als in einem Sozialstaat, wie wir ihn hier in den westlichen Ländern haben, das ist der eine Sektor. Aber auf der anderen Seite haben wir auch das Problem in den Schwellenländern, das ja auch die absolute Kredithöhe irgendwo mal an Grenzen stößt. Und hier gibt es ja seit langer, langer Zeit ja auch Gesetzgebungen, die sogenannte Interest Rate Caps einführen. Das heißt, es gibt Höchstgrenzen, ab denen ein Kredit, also in einigen Ländern beispielsweise 25% Zins, das können wir uns in Europa nicht vorstellen, aber es gibt Länder, wo man 25% Zins auf seinen Konsumentenkredit bezahlt, dass alles, was darüber hinausgeht, dann sinnwidrig wird per Gesetz. Und da haben wir jetzt natürlich von beiden Seiten einen gewissen Druck. Das heißt, die Refinanzierungskosten sind stark angestiegen. Gleichzeitig kann man die Refinanzierungskosten nicht mehr auf den Konsumentenkredit umlegen. Das heißt, die Margen engen sich ein in der Kreditvergabe, gleichzeitig sind die Ausverraten erhöht, was dann noch dazu führt, dass die Volumina sinken. Sodass also, selbst wenn man sich wohl verhält, man als Schuldner damit rechnen muss, dass man nicht mehr seine gesamte Kreditsumme weiterrollen kann, sondern vielleicht nur noch die Hälfte. Und auf diese neue Situation muss man sich einstellen. Das ist ein schmerzhafter Prozess, das ist mit Sicherheit so, aber wie gesagt, der wird uns genauso lange, wie die Niedrigzinsphase bei uns geblieben ist, nach vorne projiziert auch in der Zukunft beschäftigen. Und was würdest du sagen, was die Ausfallraten der Staaten in den Schwellenländern betrifft, jetzt vorwärts schauend, wird das eher stabil sein? Auf welchem Level wird das ungefähr sein? Oder glaubst du da auch eher, dass es da Probleme geben kann und die eher wieder ansteigen wird? In Summe sehe ich ehrlich gesagt kein gravierendes Problem, also kein generelles Problem, dass der gesamte Sektor überschuldet ist und jeder mal irgendwie da durch muss durch eine Restrukturierung. Das kann ich bei weitem nicht erkennen, denn rein mathematisch sind die Schuldenstände immer noch deutlich, deutlich niedriger, als dass wir es hier in den Industrieländern vorweisen. Das ist der eine Effekt. Der andere Effekt ist, dass wir einen sogenannten Washout, also ein Auswaschen von zu prekären Verschuldungen, die einfach nicht nachhaltig finanzierbar waren, bereits im Jahr 2020 hatten. Also vor dem Jahr 2020 gab es praktisch ein Jahrzehnt, wo keiner ausgefallen ist, weil spätestens wenn ein Land irgendwie in eine Geldklemme kam, stand der Internationale Währungsfonds breit und hat mit sehr, sehr viel Geld dem Land geholfen. 2020 Corona-Pandemie, das wäre wirklich ein von Null auf Hundert, wie man so schon sagt, also ein kompletter Stillstand, der sich dort für einen kurzen Zeitraum wohlgemerkt ergeben hat, aber der auch dann zu Kurzschlusshandlungen geführt hat und einige Länder sind rückblickend, muss man sagen, rückblickend wie zum Beispiel Sambia, unnötig in den Staatsbankrott gegangen, hätten die noch ein paar Monate gewartet, wäre die Situation mit erholten Rohstoffpreisen beispielhaft schon wieder ganz anders gewesen. So, das heißt, wir hatten 2020 schon ein Auswaschen der Schulden, die nicht nachhaltig waren und wir sehen jetzt noch so tröpfchenweise Einzelfälle und das ist auch das, was ich persönlich erwarte, dass es wird ein Einzelfallthema bleiben. Also es ist, wenn man in Schwellenländern investiert, wenn man dort Anleihen kauft, es ist in der Regel so, dass ein, zwei Länder pro Jahr pleite gehen. Die haben dann ein Portfoliogewicht bei uns übersetzt von 0,x Prozent, also sprich, die bringen das Gesamtgebilde nicht in Gefahr, aber man muss sich mit diesen Themen beschäftigen. Ich sehe keine Ansteckungseffekte, dass es ein globales Thema für das gesamte Portfolio wird. Dafür ist, wie gesagt, der Schuldenstand zu niedrig und proaktiv wurde auch schon agiert. und wenn man jetzt immer noch das extremste Beispiel heranziehen möchte, ich glaube, darauf warten die Zuhörer ja schon faktisch, auf Argentinien, der Serienschuldner, der immer mal wieder pleite geht. Selbst da ist es so, dass sich das Land im Moment auf einem wichtigen Weg befindet. Also selbst dort, wo es wirklich sehr, sehr dunkel aussieht und wo jeder Investor zu Recht sehr, sehr zurückhaltend agiert, gibt es sogar positive Zeichen durch einen Politikwechsel, der eingesetzt hat. Um es für die Zuhörer zu verdeutlichen, argentinische Anleihen haben sich nach der Wahl von Millet, egal was man von ihm als Mensch und Politiker hält, von rund 20 Prozent im Kurswert auf fast 50 Prozent erholt. Das zeigt schon, dass der geringste Hoffnungsschimmer doch erhebliche Effekte auf das Portfolio und auf die Performance haben können. Und jetzt haben wir ja viel über das gesprochen, was kommen kann und was war. Wie hat sich das denn konkret in euren Fonds wiedergespiegelt? Also welcher Performance seid ihr so bei den Local Currency als auch bei den Hartwährungsfonds in den letzten Jahren durchgekommen? Ja, wir haben die Investoren durch die Niedrigzinsphase sehr, sehr gut durchgeführt. Das heißt, während es hier in der Eurozone nicht nur keinen Zins, sondern sogar den negativen Zins gab, haben wir Jahr für Jahr positive Erträge dann eben auch generiert. Das heißt, unsere Fonds befinden sich am Allzeithoch. Wir erwarten für die Lokalwährungsstrategie als Normalzustand ja die 7 Prozent Zins minus Kosten macht also rund 6 Prozent Performance. Die Wertentwicklung war in der Niedrigzinsphase natürlich eher mal bei rund 4 Prozent, was ja auch mit dem weltweit niedrigeren Zinsniveau zu tun hatte. Und hier sehen wir, dass wenn wir jetzt 10 Prozent Ablaufrendite im Gesamtportfolio haben, natürlich wieder deutlich mehr Potenziale, sodass wir uns von den rund 4 Prozent in der Niedrigzinsphase natürlich wieder nach oben entwickeln, was Lokalwährungs Wertentwicklung angeht. Auf der Hartwährungsseite war der Effekt viel, viel gravierender. Unser Hartwährungsfonds hat, obwohl er sowohl Anleihekursrisiken, also die sogenannten Zinsänderungsrisiken und Währungsrisiken abgesichert hat und dafür natürlich auch Kosten aufwenden muss, Versicherungskosten hatte, hat er im letzten Jahr 13 Prozent Wertentwicklung gezeigt und in diesem Jahr schon über 6 Prozent. Hier haben wir dem Investor langfristig 4 Prozent in Euro in Aussicht gestellt und wir liegen jetzt sogar über der Messlatte. Das zeigt also, dass wir durch diese Wertaufholung, die sich dort ergeben hat, im Moment viel zu viel Kursgewinne aufweisen, als es eigentlich im Normalzustand dann eben zu erwarten gewesen wäre. Aber da will man sich jetzt nicht beschweren. Ich glaube, der Hauptfaktor ist, dass man dem Investor immer mehr mitgeben kann, auch wenn es in der Eurozone keinen Zins gibt und wir möglicherweise nach vorne blicken, die auch wieder Leitzinssenkungen von der EZB bekommen, dass es weltweit immer Zinsmärkte geben wird, die mehr Rendite bieten. Und das ist im Prinzip unsere Aufgabe, die zu finden. Und was würdest du oder wie wirkt sich denn diese ganze Lage jetzt in den schweren Ländern auf eure Portfolio Konstruktion aus? Gibt es irgendwas, wie gerichtet ihr das? Gibt es irgendwas, was hier übergewichtet war? Er sagt, da geht ihr nicht rein. Du wirst lachen, aber wir haben praktisch nichts geändert. Unser Investmentkonzept ist seit 25 Jahren so stabil und so robust, dass es jede Krise durchgestanden hat. Und was du jetzt von mir erwartest, dass wir einen kompletten Strategieschwenk gemacht haben, die Frage kann ich so nicht beantworten. Was ich dir mitgeben kann, ist, dass es natürlich durch die Beobachtung, die wir tagtäglich machen, wenn wir beobachten, dass weltweit die Zinsen in den Schwellenländern zu hoch sind und gesenkt werden müssen, dann ist natürlich logisch, dass wir versuchen, uns diese hohen Zinsraten einzulocken. Das heißt, in der Tendenz sind wir dort, wo wir sehen, der reale Zins ist zu hoch. Also nicht nur der nominale Zins, sondern auch der Zins abzüglich der erwarteten Inflationsrate, der ist zu hoch. Dort haben wir vermehrt lange Laufzeit eingekauft. Gleichzeitig haben wir allerdings auch Floater gekauft. Das sind variabel verzinsliche Anleihen, die sich am kurzfristigen Zins orientieren. Das hört sich erstmal widersprüchlich an, aber warum machen wir das? Ganz einfach, weil wir da auch bei dir sind. Die Forward-Kurven zeigen, die Zinsen kommen schnell runter. Und wir sagen, nein, so schnell kommen die nicht runter. Sie kommen zwar runter, aber nicht so schnell. Und wenn man diese zumindest mit Blick auf ein Jahr gut aufgestellt. Und dann kommt noch ein dritter Fakt hinzu. Man war sich 14 Jahre lang sehr sicher, was der Zins macht. Und ich glaube, der Zinsschock hat ja viel überrascht. Und der Zinsschock hat nicht nur viel auf dem falschen Fuß erwischt, sondern er hat auch dazu geführt, dass die Schwankungen, die wir in der Bundesanleiherendite sehen, also wir Deutschen gucken immer, was macht die 10 Jahre Bundrendite. Die Schwankungen sind so enorm. Heute 1,80 Morgen 3%. Übertrieben. Also innerhalb vom kürzesten Zeitraum Schwankungen, die man sonst innerhalb von zwei oder drei Jahren in der Bundesanleiherendite hatte. Diese Zinsvolatilität, wie es so schön heißt, kann man natürlich auch wunderbar ausnutzen, um Strukturen aufzusetzen. Das heißt, wenn man diese Volatilität verkauft, also Kündigungsrechte beispielhaft einräumt, dann kann man auch Zusatzerträge generieren. Und das sind so drei Effekte, die wir ins Portfolio eingebaut haben. Variabel verzinslich, strukturierte Anleihen, Langläufer, das ist das eine Thema. Und ich glaube, du wolltest auch regional darauf hinaus, wie sind denn die Zinsmärkte im globalen Wettbewerb? Das muss man ja auch sagen. Wenn weltweit der Zins ansteigt, dann konkurriert das zur Verfügung stehende Kapital weltweit und bittet darum, angezogen zu werden. Was wir hier beobachten, ist, Lateinamerika war einer der besten Lokalwährungsmärkte im letzten Jahr. Eigentlich in Summe bietet jeder Markt in Lateinamerika, ob man sich Brasilien, Mexiko, was auch immer dort anschaut, zweistellige Zinsraten. Das ist viel zu hoch und ist sehr, sehr attraktiv. Gleichzeitig eben auch durch den Kapitalzufluss mit stabilen, zumindest nicht stark abwertungsbedürftigen Währungen ausgestattet, ein sehr, sehr attraktives Umfeld. Afrika, ein Kontinent, der sich gerade mal wieder berappelt. Osteuropa im Prinzip attraktiv, weil gemieden. Dadurch, dass der Konflikt so sehr auf unseren Seelen lastet, ist es natürlich auch so, da wo Unsicherheit ist, gibt es auch höhere Erträge. Und dann haben wir eine Region, die hinten runterfällt. mit der Lokomotive, Wachstumslokomotive China, die jetzt zu einem Stottern geraten ist, haben wir in Asien eigentlich global den Fakt, dass die Notenbanken in Asien überhaupt wenig reagiert haben auf der Zinsseite und wenn, beispielsweise in China, sogar noch gesenkt haben. Das heißt, in der internationalen Attraktivität hat Asien sehr, sehr stark an Anziehungskraft verloren, ganz einfach, weil der Zins nicht mehr in die neue Weltordnung des gestiegenen Niveaus hineinpasst. Okay, ein Thema, was wir in der Folge 2019 schon besprochen haben, was ich aber noch nur mit hier ausbreiten wollte, ist die Verbreitung von passiven Investments. Das war damals ja noch ein Phänomen, fast. Heute ist es zumindest, was Aktienmärkte Amerika betrifft, der absolute Alltag. Da geht inzwischen mehr als 50 Prozent der allokierten Gelder da rein. Du hast damals das ganz gut begründet, dass es in den Schwellenländer Anleihen wenig Sinn macht, in ETFs reinzugehen, passives Geld. Hat sich daran was geändert? Oder wie sind die Strukturen da heute? Warum sollte man einen aktiven gemanagten Fonds nehmen und kein Passiv? Die Situation hat sich von der Beobachtung wenig geändert. Sie ist aus unserer Sicht sogar noch besser geworden. Warum ist sie besser geworden? Müssen wir vielleicht weiter ausholen. Die Indizes der Schwellenländer sind per se ineffizient, weil sie bilden gar nicht das globale Spektrum ab. Also der Indexanbieter nimmt nur was leicht verfügbar ist auf und lässt alles was schwer marktzugänglich ist einfach mal weg. Beispielhaft von über 130 Ländern dieser Erde, die man im Lokalwährungsbereich investierbar hätte, hat der Lokalmarktindex 20 Währungen. Man kann nur nicht sagen, dass 20 Währungen ein Spiegelbild sind von unserer Welt. Das ist also viel zu wenig. Also sprich, sich darauf zu fokussieren ist unsinnig. Der Index Schwergewichte haben 10% Gewicht, was im Anleihbereich tödlich ist. Denn der Schuldner, der am meisten Schulden macht, ist am höchsten gewichtet nach Marktkapitalisierungsschema. Das macht per se schon mal keinen Sinn. Davon gehen wir weit weg und gehen zur Gleichgewichtung über. Der dritte Punkt ist natürlich auch, dass diese ETFs nicht billig sind. Also während es im Aktienbereich durchaus die Beobachtung ist, dass ein Aktivgemanager von Kostenquoten von über 1% hat und ein ETF mit 0, x Prozent viel billiger ist, ist es im Anleihbereich nicht beobachtbar. Unsere aktiv gemanagten Fonds sind genauso teuer wie der ETF. Mit dem positiven Effekt, wo ich hinaus wollte, ist es besser geworden, dass die sogenannten Touristen das Feld geräumt haben. Es gab viele Investoren, die in den letzten 14 Jahren in Schwellenländer in der Niedrigzinsphase investiert waren, die eigentlich nicht Schwellenländer Anleihen haben wollten, aber die einfach mal da waren, weil es noch Erträge gab. Die sind jetzt so glücklich, dass sie wieder 4% in Euro kriegen, dass sie Schwellenländer Fonds verkaufen. Wohlgemerkt nicht mit Verlust, unsere Fonds sind am Allzeit hoch, das heißt, sie nehmen Gewinne mit. Trotzdem beobachten wir, dass es seit der Zinswende nur Abflüsse gibt aus Schwellenländer Anleihenfonds. Warum ist das positiv? Das hört sich erstmal komisch an. Ich als aktiver Manager finde das super, weil unsere Spielwiese von weniger Mitspielern bearbeitet wird und wir noch viel besser auswählen können, welches Asset, welche Anleihe ist wirklich billig und welche Anleihe ist teuer. Das heißt, wir haben weniger Wettbewerb, können also besser Preise setzen und haben auf der anderen Seite dann natürlich auch die Situation, dass jetzt bei den ETFs dieses schnelle Hin und Her bei uns nicht mehr der Fall ist. Denn das ist auch noch der zweite Nebeneffekt, wenn die sogenannten Touristen das Feld Risiken Faktoren eintreten oder wie die Performance ist, die wollen aus strategischen Gesichtspunkten diese Esseklasse abdecken und sind natürlich auch weniger geneigt zu verkaufen als Investoren, die das nur so misswillig gemacht haben. Deswegen ist dieses passive Investieren im Bereich Schwendender nicht durch den Zinsschock nach vorne gekommen. Wir betrachten ja alle Esseklassen global. Es gibt aus meiner Sicht zwei Sektoren, wo es durchaus Sinn macht. Wir haben ja des Weiteren die Beobachtung, dass dieses gestiegene Zinsniveau von den Banken genutzt wird, um sich zu sanieren. Also sprich, der Zins wird nicht an die Einleger weitergegeben. Gleichzeitig gibt es aber auch Geldmarkt-ETFs, wo man relativ kostengünstig, leicht und liquide handelbar sich diesen erhöhten Geldmarktzins sichern kann. Und das haben wir gesehen. Es gab massive Zuflüsse in Geldmarkt-Fonds, Geldmarkt-ETFs auch. Das macht Sinn. Und was auch noch aus meiner Sicht Sinn macht, ist wirklich ein breit gestreuter Unternehmensanleihenfonds, der nochmal einen Aufschlag bietet, der dann eben auch in Laufzeiten geclustert ist. Also der wirklich dann auch sagt, okay, ich mache dem Laufzeitenbereich 1 bis 3 Jahre oder 3 bis 5 Jahre, damit ich von diesem jetzt kurzfristig hohen Zinsniveau profitieren kann. Und wenn das Spiel vorbei ist, also wenn die Leitzinsen wieder runterkommen und das zinsseitig keinen Sinn mehr macht, ist man natürlich auch viel leichter mit dem ETF auch wieder raus. Und dort in diesen beiden Bereichen, also Laufzeit-Fonds, eher Unternehmensanleihelastig und Geldmarkt-Fonds haben wir Zuflüsse gesehen, die aus meiner Sicht auch wirklich zu begrüßen sind. Also das sorgt auch dafür, dass Investoren, die 14 Jahre lang praktisch überhaupt keine Zinskomponente mehr im Portfolio hatten, jetzt zumindest den ersten Schritt machen. Und da kann ich nur sagen, das ist wirklich zu begrüßen, weil Zinsanlagen gehören in jedes Portfolio als Verlustabsorbierer, als Stabilisator. Und ich finde es gut, wenn so zumindest der erste Schritt gemacht wird. Zu hoffen bleibt dann natürlich, dass wenn man erstmal Geschmack dran gefunden hat, dass man sich dann auch wirklich öffnet, dass man sich öffnet und auch sagt, weltweite Zinsanlagen können vielleicht zinsunabhängig und auch in jeder Marktphase Sinn machen. Super, dann würde ich das Thema Zins und deiner Markets und deine Fonds jetzt dabei auch abschließen und würde jetzt zum Schluss noch gerne eine Frage stellen, und zwar die nach deinem Lieblingsbuch. Ich meine, es sind fünf Jahre vergangen, du hast bestimmt neue Sachen gelesen, was hat dir am besten gefallen? Ja, die Klassiker haben wir ja schon besprochen, darauf müssen wir nicht nochmal eingehen. Die Frage wäre nach einem wirklich aktuellen Buch, was ich auch jetzt als letztes gelesen habe, und das war die Portfolio Revolution, das Ende der klassischen Portfolio Theorie von Dr. Jochen Felsenheimer, einer meiner Lieblingsfondsmanager Kollegen von der Xaya, also auch einer Boutique, die sich darauf spezialisiert hat, Kredit, Anleihestrategien verfügbar zu machen, der wirklich in leichter Sprache verständlich zeigt, dass die tradierten Annahmen der Portfolio Theorie mit dem Idealzuständen, wie der Kapitalmarkt so funktionieren sollte, einfach in der Praxis nicht vorliegen und dass man sich adaptieren muss. Man muss sich als Anleger darauf einstellen, dass der perfekte Kapitalmarkt nicht da ist, dass es Restriktionen gibt. Die Restriktionen sind jetzt auch nicht übel gemeint. Es sind regulatorische Vorgaben, also der Gesetzgeber beschränkt die Anlagemöglichkeiten von Großanlegern, den sogenannten institutionellen Investoren, Versicherung, Pensionskassen, meint es eigentlich nur gut. Also sprich, er will Risiken reduzieren, damit das Rentenvermögen der gesamten Bevölkerung jetzt nicht ins Feuer gerät. Das ist gut gemeint. Aber es führt auch dazu, dass regulatorisch bedingt ganze Bereiche viel gepreist sind. Wir hatten das ja schon gesagt, der Bereich Investment Grade Euro ist komplett überlaufen. Die Bonitätsaufschläge kompensieren für keinerlei Ausfallrate, während die billigen Sektoren, High Yield, C-gerätete Sektoren, dann eben völlig hinten runterfallen. Und das ist etwas, was Dr. Jochen Felsenheimer mit plastischen Beispielen sehr, sehr gut beschreibt und dem Investor auch Anregungen gibt, welche Portfolio Bausteine Sinn machen, um sich zumindest teilweise vor diesen Fehlleitungen der Regulatorik dann eben fernzuhalten. Hört sich sehr spannend an. Natürlich muss man sich speziell dafür interessieren, aber ich glaube, die Zuhörer, die wir haben, tun das auch. Also von daher spannendes Buch. Vielen, vielen Dank für deine Erläuterung, was gerade in den Merge Markets passiert, was in den Anleihen passiert. Weiterhin viel Erfolg, dass du die Anlegern weiterhin so glücklich machst in den Märkten und viel Erfolg. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte beachte die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss auf unserer Website www.lynxbroker.de 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 www.lynxbroker.de